hallo zu einem neuen leerer tisch ja okay erst mal das intro auch diesmal hat sich eine ganze menge angesammelt ihr werdet es nicht glauben ich werde den tisch mehr als voll haben ich hab nicht mal gedacht ich wollte es eigentlich noch nicht mal das ist jetzt gerade jahres anfang wo ich das aufnehme und ja randvoll wird es hier gleich wieder und ich fange einfach an gelabert kommt sowieso mit den teilen ich fange an mit etwas neues von kinderspielzeug das team als großes set auch hier mit der an seinen truck schraubt und viel werkzeug drin hat tape recorder ihr seht hier die charaktere und es sind einfach klasse getroffen also echt wahnsinn hannibal b a face man murdoch hätte gedacht dass es mal irgendwann spielsets von playmobil damit gibt und gerade aktuell habe ich gesehen es gibt jetzt neu von asterix fast das ganze dorf von playmobil was auch sehr eindrucksvoll ist werde ich mir nicht zulegen wohl ich einzige was ich da wohl mir zulegen würde aber ich habe nicht gesehen ob es das gibt wäre eigentlich nur ein set mit den hauptfiguren und obelix hat ein hinkelstein in der hand das wäre das einzige was mich reizen würde ich brauche das dorf nicht und so weiter auch wenn ich die comics gelesen habe aber da bin ich nicht so und was auch noch angekündigt ist mal sehen ob sich das bewahrheitet manchmal weiß man es ja nicht ich habe es noch nicht offiziell bestätigt bekommen nightrider soll dieses jahr kommen michael night kit mit vorne mit schön mit dem licht sogar elektronik bonnie soll dabei sein und devon also wahnsinn ich bin echt gespannt so erstes teil steht auf dem tisch ich wollte mit was großem erstmal anfangen es geht auch ein bisschen kleiner gleich weiter wir haben wirklich alles dabei von games filmen spielzeug deswegen ich sage ja mit spielzeug angefangen comics mangas transformers auch aber das folgt als letztes und es sind auch einige sachen aus lego neu hinzugekommen ich habe die jetzt hier nicht griffbereit weil es ist einfach zu viel gewesen deswegen folgen jetzt einige bilder meiner lego neuheiten weil ich was großes brauche kommt auch erst mal games nicht computerspiele sondern brettspiele als erstes habe ich hier was schönes und zwar ein civilisation brettspiel das ist jetzt nicht das volle brettspiel das ist ein addon sozusagen eine erweiterung rum und reichtum das originalspiel habe ich auch das habe ich euch in einer vergangenen pick up mal gezeigt habe ich oder hat sich das vom fluhmarkt erworben es gibt noch diese erweiterung die war recht günstig ist auch noch zielt und ja musste dann sozusagen sein das ist ja die umsetzung dieses computerspiels von z meyer musste die sammlung fällt mir nichts weiter zu ein das heißt so schwer mal sehen so ein weiteres brettspiel ich bin jetzt auch schon ein bisschen dann eigentlich ist es mehr transformers aber ich habe wegen dem platz mich entschieden das jetzt schon zu präsentieren und zwar ich habe euch zwei andere schon dazu gezeigt ich komme auf das auch noch mal zurück robotech richtig schwer ein spiel zu robotech robotech ist ja auch so eine art ja science fiction serie mit ein bisschen verwandlungsroboter wovon ja ich auch erwähnt habe dass dieser jet hier eigentlich ja der jack fire geworden ist aus transformers als actionfigur weil man sich damals aus den rechten bedient hat ich habe die serie auch in meiner kindheit gesehen so in den ja zwischen 85 und 87 lief sie im fernsehen bin eigentlich auch ein großer fan davon weil es einfach eine klasse serie ist robotech ich will gar nicht so sehr aufs detail eingehen da komme ich gleich auch noch mal zu auf das ganze aber ich wahnsinnig tolles brettspiel was man jetzt hier nicht sehen kann hier hinten sind auch nur artworks das spiel hat auch ein ja ein papproboter dabei der ist jetzt nur auseinander genommen und zwar die stf on das haupt schiff das war der flugzeugträger der sich auch einen gigantischen roboter verwandeln kann der ist als größeres pappfigürchen dabei und das ist auch in spielen integriert also man muss auch irgendwie dann punkte auf diese rauf legen wahnsinnig interessant ich habe es noch nicht gespielt wenn ich es mal spielen würde ich euch irgendwann mal fotos davon machen man hat so viel dass man nicht mal zum spielen kommt ja so wollen wir weiter mit spielen machen unter toys sagen ja ich mache mal was das ist auch spiel und doch nicht und zwar ein t-shirt hat sich mein bruder gekauft von dem spiel control ihr seht ihr die jesse faden drauf hinten steht discover world unknown das ist ein offizielles t shirt aus dem hier steht es auch noch aus dem remedy shop also direkt bei dem studio bestellt die haben einen online store da könnt ihr t shirts bestellen so ich lege sie nebenbei kurz zu während ich was labere da kann diese t-shirt bestellen das glaube ich war so 25 euro oder so das t-shirt das ja als fan muss das sein das ist offizielles merch ist sehr sehr gut gedruckt qualität ist wirklich nicht schlecht als bonus kam auch noch aufkleber hinzu es tut don't eat the mold auch aus control wird so werbeaufkleber sein mit drauf control logo aufkleber und muss auch sein der remini store aufkleber ja also wirklich sehr schick und für den fan ja ihr seht ja ich trage auch ein t-shirt von einem film sogar das ist aus dem film pacific rim t-shirts und da muss mein bruder muss sich das aufkaufen er trägt auch gerne solche shirts so spiele mache ich mit spielen weiter es gibt computerspiele wirklich diesmal wenig so machen wir machen wir machen wir spielen sind wir weiter was klassisches hat uns oder hat ihn erreicht das muss ich euch auch nicht vorenthalten für den amiga deluxe paint das große malprogramm ja ihr könnt ihr sehen da wurde auch für den computer gemalt das ist natürlich heute nicht mehr up to date das ist aber damals ein echter klassiker gewesen super dickes handbuch damit wurden sehr sehr viele in games grafiken für spiele entwickelt davon den amiga gerade absolut toll und ja weiß so kultig ist und es sich ergab zufällig auch in einem ballkopf in ballern spielen und ein bisschen ja handbücher und so weiter die habe ich euch jetzt hier nicht rausgesucht die spielen ist auch gar keine rolle weil es ist nichts sehenswertes dabei das sind allgemeine sachen bücher von amiga und co die zur ergänzung dienen sollten aber das ist jetzt unwichtig aber das ist jetzt das heißt der highlight das wollte ich euch einfach zeigen genauso war dabei ein game ein sehr altes aber auch klassisches game für den amiga und zwar die reise zum mittelpunkt der erde oder die reise zum mittelpunkt der erde nach jules verne hier habt ihr noch so ein bilder das ist so ein kleines ja eine mischung aus adventure und geschicklichkeitsspiel kann man fast so sagen mit vielen grafiken ist hier steht chip es könnte sein dass es damals im chip verlag herausgebracht wurde also der das magazin chip was heute auch noch existiert heraus bringt ja ein absoluter klassiker eigentlich auch schon hinsichtlich ihr seht es ist eine einfache box papphandbuch und was hier sieht aufmachen ist schwer ist gut geschützt hier seht ihr auch nur so ein ganz simples papier handbuch nicht wirklich viel drin ich habe es mit ein bisschen ausgestopft damit die sachen nicht die disketten nicht klappern ja das musste sein das gab es jetzt hier hinzu ja wirklich wirklich was tolles so und jetzt kommen wir zu einem echten highlight game ich bin großer fan von den revolution games revolution hat zum beispiel die adventure reihe bach mit fluch rausgebracht wachs fluch sammle ich alles was mir in die finger kommt ich habe eine große bach mit fluch sammlung nicht mega groß aber sie ist groß zeige ich euch auch einmal in einem anderen video ich habe da was vorbereitet gerade weil letztes jahr 25 jähriges jubiläum vom vom ersten teil vom bach mit flucht war aber technisch gab es ein paar probleme dadurch habe ich einfach da keine zeit für gefunden das werde ich in diesem jahr auf jeden fall nachholen ich zeige euch in einem video bald meine gesamte sammlung vom ersten teil also nur beim ersten teil ist gewaltig das kann ich euch so sagen ja aber deswegen wir haben auch noch mal ein anderes game rausgebracht das war wie nächstes die sky ein absoluter click und point klassiker im stile der lucas arts adventures inzwischen ist eine fortsetzung rausgekommen zunächst nur für pc erst nur download dann kommt sie auch auf disk aber inzwischen ist es auch für die konsolen die playstation 4 und 5 rausgekommen und dann kam natürlich das so dass ich das auch haben wollte also was hat man sich zugelegt die fortsetzung beyond the steel sky in der special edition hier in dieser wunderbaren box sehr sehr toll gemacht von dieser stadt hinten seht ihr dann auch was dabei ist das ist eine eine sehr schöne edition es ist ein 3d adventure sehr modern mit vielen neuen elementen versucht aber auch die klassische geschichte von früher weiter zu erzählen für die playstation 5 obwohl grafisch habe ich jetzt keine unterschiede gesehen für zwischen 4 und 5 dann in dieser special edition die haben wir glaube ich aus österreich bekommen weil haben nicht viele händler angeboten ist neben der spiele disk sozusagen interessant ist übrigens das steht ist hier hinten drauf ist auf der box hinten drauf für playstation 4 und eigentlich ist es auch für die playstation 5 steht oben drauf auf der box also ist schon ein bisschen seltsam aber wahrscheinlich haben sie das entweder übersehen oder mit dabei in dieser special edition sind zahlreiche extras natürlich auch ein paar digitale inhalte aber hervorheben möchte ich einmal ja das wirklich tolle steelbook dieses exklusive hat wunderschönes schwarz-weiß artwork außerhalb und drinnen finde ich ist echt klasse so eine comic szene und das war ja auch sehr sehr bekannt das von dave gibson oder gibbons wenn ich das richtig ausgebnis war das der übrigens auch das comic zu dem film oder für den als vorlage des films the king's man gezeichnet hat und der hatte halt comics dafür gezeichnet schon für den ersten teil jetzt auch für den zweiten teil also wirklich sehr sehr klasse dieses steelbook wie gesagt dabei es gibt dann so ein paar rollo ad cards auch ganz nett sticker dann gibt es einmal doc tags und einmal einen schlüssel anhänger wirklich sehr sehr cool der original soundtrack ist leider nur digital dabei aber was solls ein paar sticker ein schöner pin ein 50 seitiges mini artbook wirklich sehr sehr interessant aber wenn ihr da reinguckt er spoilert und auch gut ob man es braucht aber es ist schon sehr witzig eine lampe ist dabei ich habe da fotos gemacht die so ein bisschen ja versucht das ohne dass ich sie jetzt eingeschaltet habe so ein bisschen die umgebung oder das motiv wiedergeben was eben den hauptcharakter und seinen roboter joey zeigt sehr sehr toll also wie gesagt eine wunderbare special edition utopia edition sehr sehr toll die musste sein als fan dieser reihe ja war das unverzichtbar für mich ihr seht der tisch wird randvoll und jetzt kommen auch noch mal ein paar filme ich habe ein paar schöne filme mir gekauft ein paar klassiker und damit fange ich auch gleich an ja werde vielleicht lachen aber ich bin damit aufgewachsen und gerade deswegen muss ich sie haben in der sammlung einfach auf blu-ray natürlich ich hatte sie auch schon auf dvd teilweise gehabt einmal quarter main 1 auf der suche der schatz der könige mit richard chamberlain und sharon stone also guckt euch das artwork an einfach nur klasse hier die beiden ein film der natürlich indiana jones konkurrenz machen sollte was natürlich nicht klappt aber großartige musik von jerry goldsmith einfach mega genial john rice davis spielt mit salar oder auch gimme der also der schauffler der diese rollen gespielt hat herbert loom der den chef von inspector klusow damals aus der klassischen rosa roten panther serie gespielt hat und hier war noch ein ganz bekannter jetzt bin ich jetzt gucken ob es den ersten oder zweiten teil der dabei war es gab hier auch noch einen schwarzen schauspieler der gespielt wurde von james jones aber ich weiß nicht ob der hier auch dem teil oder zweiten teil dabei war aber hier steht jetzt nicht drauf auf jeden fall ein echter klassiker der musste bei mir in die sammlung weil ja muss ich mich erklären ist einfach so und genauso ich habe ihn als kind geliebt den film und ich und jugendlicher und ich habe ihn rauf und runter geguckt vielleicht weil man immer auf der traumfrausuche war mannequin mit kim kettrel und einem andrew mccarthy von dem man heute gar nichts mehr hört kim kettrel ist ja später sehr berühmt geworden durch sex in the city ja eine schaufensterpuppe wird lebendig und der junge kaufhausangestellte verliebt sich eigentlich eine tolle romanze als kaufhauspolizist ist der jetzt versuche ich seine rolle zu finden der inspekt der ist kommissar lieutenant harris aus polizia kenne mit dabei also großartig ein klassiker wie am buche steht viel zu voll mit egal wie also wie gesagt ein toller klassiker ja das muss ich andersrum machen so filme kleine sachen nach vorne ja das mit aufgewachsen sicherlich heute bisschen lustig aber ist halt so auch ein klassiker den ich meiner kindheit mehrfach gesehen habe also spannend war heute wahrscheinlich nicht mehr das gegenteil beziehungsweise das war auch ein kauf bei kleinanzeigen ich habe zwei filme im cbook gekauft zwei klassiker sehr sehr günstig und dazu gab es später ein magazin das war auch mein hauptgrund warum ich mich dazu entschieden habe das wollte der entsprechend verschenken das war ein magazin was ich euch später zeige war aber nur für selbst abholer gedacht ja für selbst abholer und habe ich gedacht die hat er sowieso zwei filme die ich haben möchte dann habe ich gefragt ich nehme diese beiden filme plus versand ich glaube ich habe 25 euro bezahlt für die beiden allein das magazin schon den preis wert allein weil wir zwar verschenken dann habe ich gesagt kommen wenn ich die beiden nehme packst du das ding auch noch mal drauf ist auch super alles klar so also hat mich das erreicht den film habe ich jetzt noch nicht noch mal inzwischen noch nicht geguckt kam ich noch nicht so ist noch zielt das zielbook von u-boot in not das kann man sehen ist ein film mit charlton hessen wo ja ein u-boot mit einem frachter kollidiert und sinkt und gerettet werden muss also militärisches boot sehr sehr spannend hier schalten hessen stacy keych david caradine echter klassiker aus dem jahre wann das haben wir da 77 also habe ich als jugendlicher echt gesehen und ich war echt gefesselt davon ja ich bin auch ein großer fan von james bond und aus dem grunde habe ich mir den zweiten film auch gekauft weil ich den auch haben wollte in der sammlung und ich eben halt auch ein roger handeln und das war jetzt nicht das rausrutscht sprengt kommando atlantik auch hier noch mal ihr seht auch das ist eine limitierte nummer in diesem steelbook echt ja ein interessanter film terroristenfilm so aller stirbt langsam nur nicht so actionreich und noch nicht so ausgewogen anthony perkins bekannt durch psycho großartiger schauspieler spielt den terroristen der eine bohrinsel in seine gewalt bekommt und diese luft sprengen will wenn er nicht geld bekommt so roger moore ein schrulliger ja was soll man sagen taktiker und soldat soll sie zurückerobern ist so ein duel zwischen den beiden hier und da großartige szenen sehr viele schauspieler auch dabei die auch in james bond zu sehen waren mit roger moore ja ein film ja er könnte besser sein einiges ist auch viel verschenktes potenzial gerade beim finale aber toll absolut toll ja musste sein also als großer fan davon musste das sein so ich habe noch weitere filme weiter geht's so auch was neues killers bodyguard 2 ryan reynolds und samuel jackson selma hayek anthony baderas morgan freeman ja wer den ersten teil gesehen hat ryan reynolds spielt einen bodyguard der so ein bisschen pech hat und eben halt an den killer darius geraten ist der von samuel jackson gespielt wird ja er muss den ersten teil beschützen um ihn zu einem gericht zu bringen jetzt braucht er seine braucht darius die hilfe von ryan reynolds nur der hat so seine eigenen probleme ist sehr sehr lustig bisschen gezogen aber macht tierisch spaß kann ich euch nur empfehlen einfach anzuschauen so ein klassiker der absolut einer der top filme das ja die ich kenne ist terminator 2 hier in dieser 39-jahre-edition auf uhd also 4k auch auf blu ray da ist auch die kinofassung extra neu abgetastet worden neu ton abgemischt worden aber in einem mega geiles ton aber nicht direkt das kann die externe edition wer schaut dann noch den kinocut wenn es den rest gibt also leute das tut doch keiner mehr ehrlich das macht keiner nee 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 aber ansonsten muss und gerade mit sehr viel specials und schönes upgrade auch für mich 4k hatte ich noch nicht auch wenn wie gesagt 4k nur der kinofilm ist also nur die kinofassung und die kinofassung ist ja ich gucke jetzt gerade mal wie viel kürzer steht das hier drauf kinofassung ist 137 minuten was schon sehr lang ist der director's cut 154 minuten also knapp 20 minuten länger und der externe ist 156 minuten also wer guckt da nicht die längere fassung gerade weil die auch besser ist und viele sachen erklärt also in dem sinne ja man es wird folgt genau weiter geht es noch mit filmen ich habe auch noch viel weiter für filme jetzt kommen wir ein bisschen zu anwes und ich fange an mit englischen oder amerikanischen und da bin ich jetzt auch bei robotech ich habe drei boxen von robotech einmal die macross saga oder die macross saga das ist die master saga die zweite box und die new generation von robotech das ist die komplette serie das sind jetzt usd blu rays sind aber code free das heißt ich kann sie auch bei mir abspielen ein bisschen im alter look gemacht das witzige ist ich habe auch die klassische dvd veröffentlichung das ist also so ein regal mit meistens immer mit drei dvd so den boxen immer jeweils pro ich staffel aber da waren mehrere boxen das sind und das habe ich jetzt in diesem forum zusammen also schon der baden die geplant ist ob ich die aber mich davon trenne weil auch sehr viele schöne artworks auf den boxen sind weiß ich noch nicht bzw mein bruder da der hat sich das zugelegt macross ist halt eine schöne science fiction serie beziehungsweise robotech ist aber eine amerikanische version von drei mac verschiedenen macross serien die mit einem eigenen roten faden zusammen geschnitten wurden normalerweise hat ja diese ist staffel mit dieser staffel und dieser staffel nichts außer das grunduniversum gemeinsam die charaktere haben keine verbindung diese wurde aber geschaffen so ein bisschen mit worten mit ein paar zusätzlichen ja ich weiß nicht ein bisschen umschnitt anders kann ich das nicht beschreiben da haben sie raus eben wie gesagt eine einzige serie gemacht großartig die robotech absolut großartig und ich weiß gar nicht wo ich das hin lege weil das ich muss doch mal wird nachher noch mal ein schönes foto davon machen wo ich das dann einzeln mit müssen drauf packen ich werde es mir schon anders aufbauen damit ihr es auch noch mal seht aber großartiges teil auch echte klassiker mittlerweile wie gesagt 85 habe ich die damals gesehen 85 87 guck jetzt gerade habe hier ein datum steht aber hier steht jetzt kein spezielles datum wann das erstmals in japan veröffentlicht wurde aber hier nochmal ein großes großartiges artwork wahnsinn dann noch zwei weitere animes die ich mir gekauft habe wo ich zu mangas übergehen was auch ganz gut passt ich bin ja ein großer detektiv konnen fan mir fehlten sozusagen zwei filme eigentlich noch und zwar der 22 film zero der vollstrecker fehlte mir noch musste ich mir zulegen und natürlich den allerneuesten die scharlachrote kugel auch ein guter film nicht ganz so gut wie dieser der sie unter vollstrecker den fand ich doch ein bisschen besser ist der scharlachrote kugel hat viele gute ideen ist aber auch ein bisschen wirre muss man ganz ehrlich sagen aber wirklich gut inszeniert es gibt ein großes mango daran was ich finde die kasse hat sich ein bisschen umentschieden beim produzieren der 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 ihrer filme und zwar wollen sie auf diesen glanz look die man hier sieht verzichten weil das eben halt ja an umwelt nicht so gut für die umwelt ist also haben sie einen neuen druck genommen der so ein bisschen diesen 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 glanz auf druck auf wie gesagt bis ich kann ich weiß nicht die ganzen druckverfahren aber bisschen umweltfreund hier gestalten also ist es auch ein bisschen matter ich versuche mal nebeneinander zu halten vielleicht kann man das so ein bisschen sehen bisschen matter eben halt ist das dadurch geworden und grisseliger und ich muss ganz ehrlich sagen nein ich finde es nicht gut es passt es wirkt einfach nicht schön denn es wirkt wie eine fotokopie es wirkt so als habe ich das auf den drucker gelegt habe das original cover und ausgedruckt habe es wirkt wie eine feldschonkel es tut mir leid leute da hättet ihr noch mal ein bisschen mehr arbeiten müssen dran denn es ist wirklich so würde ich das jetzt irgendwo liegen haben zum ja selbst beim handel habe ich dreimal gucken müssen ist das wirklich wahr der flohmarkt sowieso da würde man sich dreimal gucken ob das cover wirklich echt ist ob ich nicht eine raubkopie in der hand habe und das finde ich ist doch ein rückstrich dann es gibt sehr viel qualitative sachen man könnte es sicherlich besser durchdenken können ich finde es nicht gut ich finde es wirklich nicht schön das macht das nicht gut ist vor allen dingen auch das booklet hier drin ist jetzt so auf matten zeitungspapier mäßig ist wesentlich empfindlicher während hier drin hier ist es auch noch ihr prospekt was natürlich auch was auch in dieser art noch gedruckt ist der klassischen wie hier seht ihr es ist so hochglanz macht das einfach wesentlich besser hier ja also ich hoffe dass sie diese dinger dann auch nicht mehr in der art produzieren weil wenn sie schon sowas noch produzieren und dann so sowas ist nicht mein ding finde ich da nicht gut finde ich nicht gut so ich komme weiter macht man das ist nicht zu viel aber egal ich habe ein paar mangas neu ganz kurz im schnelldurchlauf eigentlich bootwurst 35 der vorletzte bald ist das ja zu ende 36 ist der letzte der märz rauskommen ja auch hier nähert sich das nicht das ende aber ein highlight one piece 99 band 99 noch einer dann haben wir band 100 100 mangas und ich habe die alle platzmenge so hier habe ich ein finale seven deadly sins 41 damit ist die serie abgeschlossen in den manga bänden sehr sehr schön gewesen der anime hat auch komplett die ganze geschichte erzählt wirklich toll so und weiter geht es noch oder ich dass das letzte manga fair request der 100 jahre fairytale der 100 jahre quest nummer acht ja als großer fairytale-fan musste ich das haben und ich freue mich darauf da weiterzulesen aber was passiert da weiß ich noch nicht ich habe es noch nicht gelesen so ja komm komm zu spielzeug ich habe so viel ich habe jetzt comics noch kommen wir an ich habe einen comic bundle gemacht wegen einem comic was ich gleich als letztes zeige vier comics gekauft für ein 10er also 10er inklusive versand und zwar drei spiel und fantasio sonderbände der kleine spiel ruch hier ist es bleibt auf dem teppich spiel ruch ich will doch nur dein bestes dr spiele ja das ist also ein bisschen short kurze einseitige comic geschichten comic strips um den jungen spiel der als junger mensch hier auch gern noch mal die welt entdeckt so ein bisschen zweideutig doppeldeutig und ist für erwachsene sehr sehr amüsant und das wort doktorspiele sagt schon viel ist aber nicht unanständig ist es einfach einmal mit der prise französischer oder belgisch französischer humor zu sehen ja aber einer der gründe war auch warum ich gekauft habe weil dabei als große james von dann musste ich das haben die cent zum töten der comic zum film dabei ist doppelseitig hier schön mit dem artwork von timers deuten hier ist auch noch zu noch zwei seiten ein bisschen mit dem film mit fotos das comic machen wir mal einfach blinde seite könnt ihr sehen ist sehr schön gezeichnet erzählt die geschichte komplett nach aber muss noch nicht ganz so fertig gewesen sein der film manche szenen sind ein bisschen ähnlich sind sehr genau nach dem film andere sind und variation als ob dann nur fotos existierten und so eine outline also die ganzen szenen noch nicht fertig waren als der comic gezeichnet war das ende ist auch ein bisschen anders dieses ende wo er mit pam am ende im pool landet die gibt es hier gar nicht drin gerade das finale und so vieles ist sehr sehr kurz als ob diese szenen nicht komplett gezeigt wurden so ja ich überlege gerade das ist zwar sehr viel ein bisschen habe ich noch mal ganz ich habe noch ein paar magazine aber die zeige ich euch noch nicht jetzt ich komme jetzt noch mal kurz zu spielzeug mein kumpel stefan hat mir ein kleines weihnachtsgeschenk gemacht einfach so wirklich nicht schlecht er hat mir star wars mandalorian den mando geschenkt es war eine kleine geste ich freue mich sehr drüber ist eine sehr schöne figur einfach ganz einfach gehalten sehr sehr schick freue mich für dich danke stefan dafür dieses kleine geschenk ich muss es gleich aufräumen ihr seht es dran folgen jetzt kommen jetzt noch mal drei weitere star wars figuren die ich oder in dem fall hat mein bruder sie erworben von einem super kollegen aus unserem forum aus whatsapp von dem thomas thomas war es ja genau und zwar auch drei figuren im stil der vintage figuren hier zu mandalorian die amara die schmieden dann griff karga karl weathers auch großartig die figur sieht toll toll aus so richtig im klassischen design deswegen mache ich die figuren auch sehr sehr gerne und return of the jedi han solo um karbonit auch wirklich toll klassisch angehaucht hier mit handschellen sogar wahnsinn han solo ist hier nicht ganz so als harrison ford getroffen aber auch nicht schlecht man kann die handschellen anlegen in zwei verschiedene arten gar nicht so schlecht also beziehungsweise arm schiene für oben weil hat er hier oben schiene im imperium schlägt zurück und handschellen hat er später wenn er abgeführt wird auch nicht schlecht von den figuren finde ich natürlich vor allem wenn man mit gesichter muss ich sagen ist karl weathers wirklich am besten getroffen ja hervorragend so jetzt nur ein kurzer break ich muss den tisch leer räumen jetzt kann es schön weitergehen ich habe euch ja die beiden steelbook bureaus gezeigt ich sag erzählte ein magazin war der hauptgrund warum ich überhaupt das ganze dann gemacht habe natürlich auch die tollen filme aber das magazin ich habe es jetzt hier in einer schutzhülle aber das war star wars die rückkehr der jedi ritter hier nochmal wunderschöne artworks das ist ein magazin und making of zum film 12 die mark das ist 1983 herausgekommen ich habe es als kind auch gehabt und ich habe es auch immer noch das ist jetzt meine zweite version aber es war in einem top zustand und weil sich das so ergeben hat wahnsinn musste ich das einfach haben dieses wunderschöne buch werde ich euch auch noch mal vorstellen ich habe einige star wars klassische star wars eine ganze menge von star wars ich möchte das noch mein eigen eigenes let's view packen das heißt wir werden das uns gemeinsam angucken und ich quatsch dazu einfach also hier habe ich eben halt dieses wunderbare magazin von 1983 also für jeden star wars fan ein genuss noch geht es hier wieder rein echter klassiker ich kann euch sagen ich habe meine eltern angebettet damals das zu haben es hat zwölf mark gekostet das war für die damaligen verhältnisse also diese sechs euro wo man heute vielleicht darüber lacht war damals aber 83 sehr sehr viel geld und gerade meine eltern die nicht so star wars begeistert waren wie ich fanden das nicht so witzig ja was soll ich dazu sagen auf jeden fall großartiges magazin ein absoluter klassiker und ja werde ich mit euch mal betrachten das ist wirklich sehr sehr schön und ich meine star wars das ist echt meine kindheit in dem zug habe ich auch noch was anderes bekommen von einem kollegen ich habe jetzt gerade den namen vergessen ich glaube der mike war das aus unserem forum der hatte eine ganze menge film programmhefte also es gibt keine pressehefte sondern programmhefte die in den kinos damals verteilt wurden das sind jetzt programmhefte aus österreich ich habe hier zum beispiel dracula antholt ist nur ein zwei seiten vielleicht so mit bildern inhaltsangabe schauspieler das ist sind österreichische ja österreichische programmhefte die ja eigentlich zuschauer einstimmen sollen es gibt ganz altes also wirklich querbeet das sagt man tut ist jetzt kein so alter film von 2014 es gibt im sinne einfarbig sowie hier das ist ja fast schwarz-weiß aber auch ein bisschen vollfarbe ich lege dir einfach mal hier hin ein klassiker red sonja das ist von 85 da seht ihr mal hier ist es schon allein programmhefte mal 8332 dracula ist 13 118 das heißt könnt ihr sehen wie viel es gibt wahnsinn und hier seht ihr das auch das programmheft von star wars die rückkehr der jedi ritter das werde ich auch mit euch betrachten lasst euch darauf ja ein mehr kann ich auch nicht sagen hier mehr tim burtons batman auch sehr sehr schön auch die werde ich euch alle noch mal einzeln zeigen irgendwann in kleinen let's views mad max jenseits der donnergruppe mit mail gibt es noch großartiges artwork ist dann auch dabei ihr seht ihr da ich bin ich es sind auch viel horror ich bin jetzt nicht so der horror fan deswegen werden die mich auch aus der sammlung verlassen ich habe da auch schon ein paar leute die sich sehr sehr freuen drüber black christmas blerwärts project der fluch mit serr michael geller erster teil zu sagen paranorma activity the ghost dimensions ihr seht es sind ja auch teilweise echt neue sachen dabei der letzte exorzismus hier hat jemand wirklich horror gesammelt ja ein klassiker dawn of the dead und hier ganz modern so die habe ich schon ein klassiker auch ein interessanter science fiction film mit peter weller screamers peter weller bekannt als robocop zusammenlegen auch ein interessanter film leist hier haben wir schon ein bisschen was anderes so dann insidius 3 und ihr seht sind die mal die ganzen neun hier müssen wir was etwas älteres und hier benisse de toro antonio hopkins emily blunt wolfmann auch ein schöner klassiker auch klassiker amerikan wehrwolf in paris die fortsetzung von amerikan wehrwolf in amerika oder überhaupt auch hier echter klassiker screen 3 wahnsinn tolle presseprogramm hefte ein paar ich werde nur eine handvoll behalten also bei dieser ist nicht ganz so meins aber ich habe da schon leute die sich darauf freuen werden so und jetzt kommen wir fast ausschließlich zu transformers fast ausschließlich denn ich habe auch noch was art verwandt ist dabei und ich glaube mit dem teil fange ich einfach mal an und das ist das ist so ein sammelkoffer wo ich versuche vorsichtig aufzumachen weil es leider hier gebrochen wo man es öffnet ich muss ganz vorsichtig da werden die figuren reingestellt hier sind auch teilweise dann nummern hier nummer zwölf hans kaff neun damper 10 pumper was zwei tank spray c blaster turbo das sind die namen wie sie die go boards eben halt haben muss aufpassen ich möchte es nicht kaputt machen ist auch mehr so zum hinstellen gedacht richtig verwenden kann ich es nicht dadurch dass es hier unten kaputt ist er ist noch nicht ganz so sauber wie ich wollte aber einfach klasse hier seht ihr auch die die beiden anführer die anführung doch leader one und cycle die bösewichter ja und go boards maschinen robot wie ich sie auch kenne ich fand das einfach witzig ich habe jetzt zehn euro inklusive versand bezahlt dafür das war mir das einfach wert ist absolut klassisches stück so weiter geht es mit was mache ich denn weiter comics spielzeug ja wir müssen ein bisschen abwechslung sein was mit dem buch habe ich mir über ebay über amazon ein englisches buch von transformers das ist so ein lady bird vom verlag die mit viel zeichnung auch die nach den comics oder nach den figuren mehr bemalt sind so kleine jugendbücher sind es werde ich euch auch noch mal genauer vorstellen ich habe drei stück mittlerweile glaube ich 15 wunderbares teil und ja musste ich auch haben so will ich gerade ich gespannt halten das ist ja auch schon so spannend ja weil wir hier was unterlegen müssen kommen die comics ich habe das comic schon ich habe es auch hier noch mal in einer hölle drin transformers comic nummer 11 ich habe euch das schon mal gezeigt ich habe ich mir noch mal günstig gekauft weil es ist jetzt hier ganz vollständig das ist sozusagen mein zusätzliches hier sind die sticker enthalten die ghostbusters sticker sind auch noch drauf geklebt welche sind auch sehr vorsichtig hier steht ja mit ghostbusters stickers und ja super günstig geschossen ich glaube von fünf war inklusive versand und dachte ich mir warum nicht auch noch mal eine zweite version ich werde beide versionen behalten die eine sozusagen zum blättern weil die stehen ja die kaufkleber blockieren natürlich so ein bisschen die sicht auf die comics und das möchte ich natürlich auch sehr einfach halten so dann fangen wir noch mal an mit was modernen so viel modernes hat mich auch gar nicht erreicht ich habe mit uns aus unserem transformers forum oder facebook forum transformers fans deutschland habe ich mit dem guten jörg ein deal gemacht zum einen habe ich das nicht auch gar nicht im einzelnen zeigen unheimlich viel zubehör erworben was für meine transformers die wollen sammlung ist und als die john die wollen fahrzeugen und figuren wo mir wirklich zu befehlt weil ich das in meiner kindheit ja auch unverständlich bekommen habe ich habe ja nicht alle selbst gekauft und einige eben halt vom flomarkt damals oder von freunden abgekauft da war nicht immer was dabei hier ist jetzt zum beispiel habe ich noch einmal rückteile von rommel frenzy ein gürtel von einem pretender die waffe von galvatron teile von denen constructer khan's von meinem headmaster fangry der schild absolut klasse musste sein also zubehör für meine sammlung und mit dem habe ich auch noch zwei micromaster sets abgekauft neuere sets und zwar aus der zeit schreie top shot und fleck absolut klasse sehr sehr gut getroffen mal jetzt keine schraube in der brust das finde ich klasse kann ich auch echt sagen diesmal richtig gelungen und noch ein weiteres set gleich erstmal nach den namen damit ich drauf habe storm cloud und weiß für zwei decepticon jets auch sehr sehr toll geworden aus der siege da hinten rein auch das ist eigentlich das modernste was mich jetzt hier erreicht hat und ja weiter geht es mit was machen wir mit was losen weiter auch etwas was ich und ich mache jetzt ganz kurz den griff komplett dazwischen ich habe eine sache vergesse ich schon seit einigen videos die ich jetzt schon einige videos habe was ich als neuheit habe mein ansteck mikrofon ich vergesse das jedes mal ihr hört es schon mit dem ton das ist natürlich auch einiger zeit dazugekommen ihr konntet sehen einige videos waren vorproduziert schon somit schwankte der ton noch da aber alle die jetzt sind haben natürlich dieses schöne ansteck mikrofon was ich mir zugelegt habe damit ich für euch mal so jetzt geht es weiter zu transformers und hier möchte mit einem echten highlight den ich auch vergessen habe zu zeigen ein kind eine figur die ich in meiner kindheit immer haben wollte und ich hatte vielleicht ist sie aus heutiger sicht nicht so besonders es gibt auch eine neue version aus der ich glaube siege reihe die ich gerne haben möchte ein decepticon und zwar der decepticon run amok es ist ein aufziehen er verwandelt sich ist wie so die die jumpstarter kann hat keine armbewegung nichts eine waffe fehlt mir noch die wird hier auf die schulter geklemmt das ist wirklich ganz ganz simples zusammenstecken ihr könnt sehen das ist also echt aber mit dem verbinde ich eine ganze menge kindheit es gibt auch noch einen bruder von ihm den renner baut und schwarz suche ich auch noch habe ich auch bezahlt 20 euro 25 euro versand war mir ist auch wert wollte ich unbedingt haben wollte ich immer haben sehr interessant ist der betreffend wir mich abgekauft hat der hat die aufkleber nicht drauf gemacht hat sie leider nicht mehr da waren so gold streifen noch drauf macht mir jetzt nichts ich habe die figur in einem wunderschönen naja gespielten zustand hat damit so gespielt wohl absolut top bin völlig begeistert ja und ja das musste sein so weiter geht's auch eine ergänzung obwohl die figur werde ich wohl nicht behalten aber war auch mit in einem bundle deal drin mit einer anderen figur teil das zeige ich euch noch ein bisschen später wo ich auch nicht das behalten werde wo eigentlich nur zwei teile sind die meinem teil fehlen sozusagen um es mir zu ergänzen aber ich habe mir den action master banzai günstig gekauft wird es dann extra denn ich hatte die waffe bereits die waffe hatte ich meinen am anderen lot dabei konnte ich natürlich nicht viel mit anfangen hatte sie erstmal für den flot zur seite gelegt wahrscheinlich wird er auch die figur bekommen wenn er sie nicht selbst inzwischen dann gekauft hat weil er auch mal sehr fleißig seine sammlung ergänzt ja und somit habe ich den jetzt komplett eine echt schicke figur kann das stehen sogar ja er steht sogar aber ich bin kein action master fan nur dadurch dass ich das ergeben hat der war ja wie günstig ja also im verhältnis was zusammen ist der wert zwischen 25 bis 50 euro geht er weg teilweise ich habe das weit unter dem preis einzeln ist es immer so waffen können bei solchen sachen mit teurer sein manchmal als die figur wenn du sie komplett hast natürlich komplett wertvoll einzeln ist es immer die frage also auch gerade bei dem action master wenn dieses hier ist so ein feature dann kann es die kanone ausklappen ausklappen das muss natürlich auch funktionieren all das hier wie so eine kleine krabbe ist natürlich auch immer ausschlaggebend man kann es schlecht manchmal festhalten es kommt natürlich auch auf die qualität an hier wird das so als ob die beine ausgeleiert sind sind aber nicht hängen so an so zum metall t und die sind einfach normal locker das ist einfach so gewesen dafür waren eben halt keine gummiringe das ist auch schon mal ganz praktisch eigentlich so ich gehe stückchenweise ach ja ich habe noch eine sache vergessen der gute jörg hatte mir noch einen kleinen bonus mitgelegt und zwar einen mini optimus prime aus gummi das ist so ein aufstecker für einen bleistift gewesen so hier aufgespießt ist eine witzige sache wird auch so meiner sammlung stehen bleiben ich finde sowas ganz ganz witzig und ja das hat mich auch sehr gefreut so ich habe auch noch ein paar highlights für mich persönlich dabei ich werde die auch etwas sehen ich bin hier so ein bisschen am schwanken jetzt kommt noch eine sache die habe ich auch für 20 euro inklusive versand erworben ist vielleicht nicht im besten zustand die figur habe ich noch nicht gehabt aus der generation 2 reihe aber weil sie mit ovp kam ob sie nicht im dollen zustand ist habe ich mir den einfach mal zugelegt ich weiß nicht könnt ihr mir schreiben was ihr davon haltet ist jetzt eine figur die ich auch so noch nie in den händen gehalten habe ist nichts besonderes klappt nur aus und das war es so ein bisschen mit aufziehfunktion hier vorne ist ein stück preis sticker den ich noch abmachen muss gratis gebogen und gebrochen hier oben für den preis fand ich es okay wie gesagt man hat das ja nicht oft und ich fand es ein echter hingucker war mir auch das dann wichtig einfach dass ich den auch mal so mir zu legen so komme zu was weiterem genau jetzt komme ich noch zu dem teil was bei dem dabei war mit dem deal mit dem jungen da war ein teil einer micromaster base die ist jetzt hier einzeln teile ich dabei dass ich habe auch eine halbe figur da die ist vorheil aber es fehlt sozusagen der partner in der anzeige stand der namentlich mit drin aber ich glaube der wusste gar nicht dass die nur die micromaster in meinem namen und nicht die base ich habe die bereits aber was ich nicht hatte waren die dazugehörigen rampen zwei rampen gehörten dazu und die fehlt mir das heißt die beiden gehen um eine sammlung und das hier sind noch zwei waffen teile die hier angesteckt werden ansonsten ist es eigentlich fehlen hier nur die raketen die sonst ist das vollständig aber das wird sich sozusagen das brauche ich jetzt nicht dann kann ich sie hier anstecken kann man ja auch hier sowieso teilweise rauf stecken sozusagen eine art kanone zusammenstecken ist eine micromaster mini base die rampen fehlten mir und habe ich das vollständig das war sehr sehr günstig und somit habe ich mich auch darüber gefreut mit einem kauf den ich gemacht habe bei einem online händler ich glaube retrendo oder so hieß der ich glaube ist ja auch so ein kleinstunternehmer der eigentlich sage ich mal seine ersatzteile wahrscheinlich verkauft da war eine transformers figur dabei und zwei waffen beziehungsweise ich habe etwas anderes und zwar der fehlte mir noch von den firecons diese figur ob die funktion ist ist nicht mehr gegeben aber das ist mir auch egal es gibt drei stück von denen in der in dieser version es gibt auch in der g2 version gleich durchsichtig die habe ich noch gar nicht aber in der version habe ich ihn habe fehlte mir nur noch dieser blaue die anderen zwei hatte ich und somit habe ich die reihe auch komplett mit dabei auch ersatzteile die ja ich brauchte ich ihr wisst ich habe im g2 grimm lockt mir gekauft blauen grimm lockt dann habe ich auch mal euch vorgestellt hier ist jetzt die waffe damit habe ich ihn vollständig auch komplett das kommt jetzt auch hier rein wunderbar gesichert jetzt hier wird alles noch in ruhe zu sortiert das ist nicht dass das ist mein g1 block also komplett aber es war auch eine beast battle beast war für dabei die mir noch fehlte von meinem crusty crab somit kann ich den jetzt auch vervollständigen und ich habe eine weitere battle beast figur vollständig so das kommt erstmal hier rein damit die nicht waffe nicht verloren geht und ich habe zu battle beast kam die kam diesmal jetzt nicht viel dazu ihr habt ja gesehen dass ich sehr viel habe eigentlich bereits die erste season sozusagen fast vollständig da würden mir nur noch waffen und zwei drei upgrades vielleicht dann fehlen eine figur wie ich gesagt habe aber ich habe von den laserbeasts sehr günstig eine waffe gefunden die sind sehr selten also waffen sind schon wie ich sag auch schon ein paar mal klärte immer ein bisschen schwieriger zu bekommen und wie er zufall so will hatte jemand riesen lot an einzeteilen da war auch eine waffe dabei die habe ich dann erworben ich gebe zu ich habe um die zehn euro bezahlt für die waffe aber das ist so normalpreis die gehen teilweise bis zu 20 30 euro weg wenn man nicht aufpasst also und ob sie es wert sind ist eine andere sache sind natürlich nicht so häufig zu finden aber sie sind nicht unhäufig also das muss man dazu sagen die sind schon zu finden aber es ist halt so dass man das will dass man die mehr in den facebook foren findet also nicht so bei kleiner zeigen da sind die dann dadurch teuer angebunden weil die leute doch schon die direkt in den fanforen anbieten das ist der unterschied so langsam nähe ich mich dem ende ich habe jetzt hier noch eine figur eine g2 figur und zwar dirtbag kam mit anleitung mit seinen drei abschießbar vier abschießbaren raketen und den habe ich hier einen truck vorne steht die form also wie für transformers hat so ein schönes grün look sieht aus wie der konstrukte kann überhaupt dieser lkw kipp laster das ist so ein spannendes design wie die transformers eben halt ja die gerne benutzen das ist so einer der ich finde die funktion ganz witzig hinten ist ein knopf also man kann hier normal rollen und hinten ist so ein knopf wenn ich den umdrehe und wenn ich dann hier so ein bisschen festhalte auf der unterlage ist ein bisschen schwierig kann er sich selbst verwandeln automatischer verwandler viel spielsachen und hat es nicht man klappt hier zwei greifarme aus und hier kann man dann die kanonen einpacken hier sehen sie noch mal echt klasse figur hatte ich noch nicht fand ich witzig stehe gerade und ja ist jetzt auch in meiner sammlung echt klasse so zwei sachen bleiben noch übrig und zwar mein persönliches highlight mache ich als letztes ich komme noch mal drauf habe hier noch was bei klein anzeigen gekauft interessanterweise stellt sich hinterher raus auch der gute mann ist bei mir im forum drin und also im transformers forum aber was soll's wir haben unser dir so gemacht hier ist eine figur eine figur aus von g1 aber nicht in einer g1 form sondern in der robust in disguise version das robust in disguise nicht dies was jetzt 2015 raus kam sondern wesentlich früher gab es schon mal eine serie unter dem titel robots in disguise wo auch einige klassische g1 wiederverwertet wurden das muss ich sehen dass ich jetzt hier das richtig aufkriege wo hängst du jetzt hier vorne folie hat es geklappt verpackungsmaterial seite ja gut eingepackt wie sich es gehört selbstklebende folie nicht schlecht messer zurück damit wir sich nicht verletzen aber das ding ist noch boxt und das gefiel mir ganz gut und zwar ist das wohlbar über die europa sind es geist version von swindle können sich auch in diesem fall heißt der nation in bruticus verwandeln auch wirklich sehr sehr klasse die sind jetzt mehr bedruckt und nicht wir haben dadurch keine aufkleber dabei wunderbar der zustand ist top top kann ich echt nichts sagen wunderbares türkenstück habe ich auch 20 euro für bezahlt also das ist wirklich günstig ich habe bereits den hammerheit habe ich euch auch mal gezeigt den brawl in diesem blauen camouflage look absolut klasse und der musste auch sein so jetzt habe ich euch doch eine ganze menge genialer highlights präsentiert ich hoffe euch hat irgendwas davon gefallen schreibt es in die kommentare ich will wissen was euer highlight von war und ich war dieses viel zu lange video wieder richtig auskoste so und jetzt komme ich zu meinem letzten highlight habe ich zugeschlagen da hat auf ebay ja ein ne quatsch ich habe noch zwei sachen hier gerade da ist noch ein umschlag denn bevor ich zu dem highlight komme kommt noch ein zweites indirektes highlight bei dem händler wo ich jetzt diese figur und die waffe gekauft habe ich noch viel noch einige comics gekauft hier in diesem umschlag und die zeige ich euch und zwar transformers comics aber keine us comics sondern britische transformers comics die sind sehr dünn ich habe mir da ein paar ausgesucht weil ich einfach vom artwork oder von der idee hier haben wir einmal transformers nummer ist jetzt egal 214 ist es hier in dem missionaries hier hinten auch schlimme transformers werbung hier ist mit action force schön ich liebe ja galvatron muss der galvatron drauf sein auf der rüste ist pets werbung spielt jetzt auch keine rolle auch hier allein wegen der wegen dem ganzen swoop gegen divebomb tolles artwork und das letzte ist mit den triple changers astrotrain blitzwing und octane auch klasse hier eine werbung von cherry cola der original noch es gibt die zwar immer noch ein bisschen aber die war noch ein tick anders ja das war noch dazu das habe ich fast vergessen wunderbare comics von transformers werden auch noch mal einzeln angeguckt ich habe die wirklich nicht gelesen obwohl ich muss dazu sagen einige dieser comics sind bei uns in den deutschen reingekommen oder benutzt worden und versetzt worden ich weiß aber nicht in welchen weil es wurde nie angegeben und es war echt durcheinander dem irgendwelche stories kombiniert also wir hatten ja hier eine mischung aus us marvel und das sind jetzt hier die uk marvel uk marvel hatte eigene geschichten von eigenen zeichnern die ein bisschen enger manchmal nach den actionfiguren gemalt waren während die schon ein bisschen mehr nach dem cartoon dagegen die amerikanischen so kommen wir aber zum letzten teil mein highlight was ich auch habe was wo es alles highlights run amok kindheitssache aber das ist etwas wo ich echt glück hatte ich habe echt schnabber mäßig das gemacht ich will es gar nicht auf den preis eingehen ich habe eine ganze tüte voll decoys das sind kleine gummifiguren die auch figuren oder dabei lagen bei einigen figuren ich habe ein video gemacht über die decoys hier verlinkt schaut euch das mal an da zeige ich euch auch welche es gibt komplett und ja ja das sage ich alles an fakten was ich noch sagen könnte aber das sind halt echte tolle figuren für mich sehr detailliert für die zeit weil sie sind auch in den 80er erschienen ich zeige euch einfach hier ist jess den habe ich sogar zwei meist interessant auch einige doppelt dabei hier ist noch mal jess macht das mit absicht so dieses doppelten so ein bisschen zeige als erstes so hier haben wir sandstricker und sandstricker ist noch zweimal dabei sind nicht so viele wie gesagt ist für mich dann natürlich auch toll dass ich vielleicht was zum tauschen habe gegen andere die kreis wenn jemand die da was sucht also ich habe natürlich jetzt hier ein paar doppelte jetzt kommen noch ein paar einzelne hier habe ich brawl wunderbar vielleicht mache ich auch noch mal mini videos wo ich die einzelnen vorstelle mir genauer angucke hier habe ich snarl den dinobot auch echt klasse mit seinem schwert echt toll und auch eine figur die mir sehr gut gefällt hier als decoy trailbreaker richtig klasse ja tisch ist randvoll nur transformers fast drauf ein bisschen star wars als magazin hefte wahnsinn ja das war's für dieses mal wieder über xxl auch wenn ich wahrscheinlich kein xxl vorschreibe oder doch ist werde ich überlegen es ist wirklich xxl jetzt ist xxl das sieht man ja auch erst hinterher deswegen ja ich hoffe ja den spaß ich habe euch wirklich gefordert bei dem ganzen schreibt mir was ihr denkt was war da euer highlight was soll ich vielleicht noch mal genauer vorstellen schreibt es gerne dann kann ich da speziell darauf eingehen und das vielleicht auch mal vorziehen das video ja ansonsten wenn ihr fragen habt gerne stellen beantwortet sie dann auch ein anderes mal in einem nächsten pick up bisher war das waren zwar hier ein paar fragen aber die habe ich auch nebenbei über die sachen erzählt oder sie in die kommentare denn direkt geantwortet ich will gerade war speziell was dabei was ihr wissen wollte so eigentlich weiß nichts wesentliches was jetzt vom belang ist deswegen wenn das ist schreibt die kommentare wenn euch das gefallen hat liked und ein abo freue ich mich auch ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal wieder hier noch jetzt zum abschluss ein paar fotos von dem was gesamtbildern und ja bis zum nächsten video bis zum nächsten mal wieder